Mädchenmusik Eddie und sein Sohn Junior sind bei einem Konzert. Juniors Lieblingsband, die Popband Hot Pink, spielt. Während Eddie sich das Konzert ansieht, kommt ein Mann zu ihm. Ich kann nicht glauben, dass wir mit unseren Kindern auf diese Konzerte gehen müssen. Ja, ist das nicht großartig? Die Band kommt aus Japan. Es ist ihre erste Europatour. Ja, ist das nicht großartig? Die Band kommt aus Japan. Es ist ihre erste Europatour. Die Lieder klingen alle gleich. Aber die Bandmitglieder können alle total gut tanzen. Eddie fängt an zu tanzen. Wow! Sie kennen wirklich alle Schritte! Eddie springt in die Luft. Klar, Junior und ich üben immer vor dem Fernseher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihre Tochter heißt Junior? Nein, Junior ist mein Sohn. Hot Pink ist seine Lieblingsband. Was? Nur Mädchen finden die Band toll. Ich bin mit... ...meiner Tochter hier. Quatsch! Warum? Musik ist für alle da. Musik ist für alle da. Musik ist für alle da. Junior kommt zu Eddie gelaufen. Papa, guck mal! Die Band hat auf meinem T-Shirt unterschrieben. Das ist so cool, Junior! Vielleicht unterschreiben Sie auch auf meinem. Ein neues Lied fängt an und Junior und Eddie tanzen wieder. Eddie sieht, dass der andere Vater seinen Fuß im Takt bewegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist okay. Sie können zugeben, dass Ihnen die Band gefällt. Nein. Ich mag nur dieses eine Lied. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Toovis kommt ein Jahr chorus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017